Hallo und herzlich willkommen zu Heroes of the Storm mit Lino und Phallus. Ja, wir sind wieder zu zweit, ist schon ein bisschen länger her. Bestimmt drei Wochen oder so. Und wir sind nicht nur zu zweit, nein, wir haben noch zwei Clan-Mates mit dabei, kann man sagen. Und jetzt zu deiner Frage zurück. Ne, ich hab mir die Helden gekauft, die ich noch nicht fünf habe. Hier, pass auf, ich kann dir das nochmal in meinem Helden-Sammlung... So, ich hab das davon abhängig gemacht. Ja gut, das ist natürlich der Fall, dass ab morgen der Schlag da... Ich weiß, das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und deswegen hab ich mir den, den und den gekauft. Und noch zwei andere, die ich aber schon auf fünf gebracht habe. Ich glaub, den da und Sylvanas zuletzt. Ja, gut. Und dementsprechend hast du wie immer die Wahl, ich überlasse sie dir, zwischen Arthas... ...der Schlagte... ...der Schlagte... ...die Wikinger... ...ja, das war die Auswahl. Erinnern wir mal den Schlagte. Der Schlagte... Okay, hab ich da überhaupt ne Daily, ja geil. Bis jetzt haben wir noch keinen Assassin außer mir, aber ich bin ja der Abholking und deswegen... Also wie gesagt, nicht wundern, wir haben noch die Antania und den Beineberg an unserer Seite. Und wie gesagt, die Randoms sind immer alles schuld und zum Glück haben wir noch einen Random. Aber der kann schon reichen. Der kann reichen. Der kann reichen. Das ist wahr. Das ist immer wieder schön, mit den Mates zu spielen. Schlagte... Schlagte... Ich hab noch nie einen Schlagte gespielt. Auch mit dem alten Account nicht. Noch nie. Ich schon. Eins gegen eins, haust du einiges weg. Weil er einen krassen Heal hat. Als normale Fähigkeit. Mhm. Also so Vampirmäßig, ne? Also haust du drauf und kriegst einen fetten Heal dadurch. Und diese Anstürmung... Du kennst die Fähigkeiten ja alle vom Zusehen, ne? Mhm. Aber der ist durch Range-DDs und einem Healer sehr leicht auszukontern. Da kann er nichts machen. Also das hab ich auch mal gedacht von wegen so... Ja, Schlüssel-Schoss-Prinzip, dies, dies, ne? So schlimm kann es ja nicht sein. Das ist dann vielleicht einen kleinen Nachteil. Aber es war original so, dass ich in einem Match überhaupt nichts mit dem reißen konnte. Und sogar noch von einem Mate in Schutz genommen wurde. Gegen einem anderen. Bei wegen der kann ich's dafür. Gegen diese Gegner kann der Schlachter nix machen. Ja, okay. Ich bin gespannt. Wie gesagt, seid mir nicht böse. Ich spiel ihn zum ersten Mal. Ich geb alles. Oh Gott, Geistermehl. Ich hasse die Karte. Das ist übrigens mit Abstand... ...die schlechteste Karte in meinen Statistiken. Ja? Mhm. Ich glaub, da hab ich nur 30%ige Win-Chance. Ja. Mit Abstand die schlechteste. Der Trick bei der Karte ist... ...außer beim Rush, den kennst du ja. Ja, ja. Wenigstens trotzdem den Weg für den Golem frei zu machen. Und dafür sogar in Kauf zu nehmen, nicht so viele Schädel zu kriegen. Ja. Ja, das Ding ist auch... ...das Problem ist, was viele Randoms nicht schnallen... ...entweder man geht zu fünft rein... ...oder gar nicht. Und ich hab das so oft, dass dann drei Leute da reinrennen... ...die werden dann natürlich abgefarmt. Und die zwei, die draußen sind... ...ja, hallo! Und die machen natürlich auch nichts. Was auch geht's? Vier machen Druck und einer geht rein. Ja, okay. Das geht. Oh! Ach du meine Güte. Unsere Gegner werden um Gnade winseln. Mein Gott, was soll ich denn hier skillen? Du bist der falsche Seite, Junge. Ja, achso. Wir wollen alle erstmal pushen, oder wat? Ja, erstmal, ne? Ja, aber einer muss doch oben sein, wegen XP, oder nicht? Ja, gleich. In die XP, komm. Wat ist W? Wat ist E? Warte mal. E ist anstürmen, glaub ich. Ich komm überhaupt nicht klar. Kommst du schnell rein. Sehr intuitiv. Und schon, äh, die Fleischstücke einsammeln, ne? Also ich, ich skill jetzt am Anfang erstmal gar nichts, weil ich erstmal gucken muss, was die Fähigkeiten machen. Und dann mal einer, langsam... Okay. Nein. Okay. Das war schon mal nix. Wat, wat? Ich muss hier erstmal klarkommen. Ich muss hier erstmal klarkommen. Ich bin verstößt um den Zielschaden zu... Vorsicht. Ja. Eingesammeltes Fleisch heilt den Helden? Das klingt ganz gut. Oder ist das eher nicht so cool? Ich glaub, das hab ich nicht gespielt damals. Aber du wirst komm mal aus. Na dann mach ich das. Pass schon. Die Linien öffnen sich weiter. Die Untoten werden erwachen. My third Stun! Schlag, da hier ist gestunnt. Ach, das ist ja ganz cool, eigentlich. Das krasse ist halt, dass dieses Anstürmen eh gleichzeitig noch einen Stun macht. Ja. Das ist halt das Üble. Ah, dass man es nicht abbrechen kann, ist ein bisschen schwierig. Ey, ey, ey. Okay. Frisch! Fleisch! Hilfe! Meinst du nicht? Ah, hier irgendwo mittig. Warte mal. Er vergrößert den Wirkungsbereich von Verringerungen. Das stimmelt immer wieder... Aaaaaaah! Ah, das ist echt mies, Alter. Ne, ich muss mir das gleich mal während der Anmeldung durchlesen, sonst... Gibt das hier noch peinliche Vorstellungen, ey. Ich hab nur Mana. Hup. Nur Mana. Das ist nicht gut. Nur Mana. Alter, man vergrößert den Wirkungsbereich. Den zusätzlichen Schaden zu holen. Nur weil ich kein Mana hatte, Junge. Achso. Alter, warum sterben auf einmal alle, Junge? Ich weiß nicht. Alter, da brauche ich gar nicht reinzugehen, wenn alle tot sind. Also dann dauert es ja nicht, bis wir respawnen. Ja, das ist schon richtig. Was will der von mir, ey? Denkt der, ich gehe da alleine rein, um mich abfarmen zu lassen, oder was? Sorry, sorry. Ganz im Ernst. Oh, in der Mitte, in der Mitte ist Schlägerei. Ach, da bist du ja schon. Ja, ja. Ich komm, ich komm. Zeratul, Junge. Ahhhh. Euer Grabgolem erhebt sich. Doch er ist schwächer als der... Wieder gleichzeitig uns die Steps angucken. Oh, Mann ey. Ich komm nicht klar auf den momentan. Na, seid mir nicht böse. Das dauert jetzt noch ein Ründchen. Ich bin so unten in kleiner... Sohlen. Hör mal, lass uns nicht allzu lang allein hier in der Topsteinhöhle. Komm, wir müssen doch eigentlich in der gleichen Anzahl sein. Ja, eigentlich. Ja, eigentlich. Oh, le... Ahhhh. So eine Sau. Alter, hat er mich... ...unterbrochen aufzusteigen, ne? So. Jetzt mal eine Anzahl über Fleisch. Verstärkt den nächsten automatischen Anzahl. Gehört die Heilung von... Erhört die Reichweite von... Erhört das hier... Erhört die Reichweite... für'slobedarft... Erhört kommt. Erhört das hier... ifying. Ahhhh... Nice Hug... Oh passer! Woah, das Walla Junge ! War da schon fünfmal gestorben Junge ? Ja, ich hab auch vollauf gestorben. Viermal, eyy. Das ist schon hart. Die haben Level 10. Läuft nicht gut, ne? Gar nichts. Ah, wem sagst du das? Warte mal, ich vermisse die Fähigkeit, wo ich mich voll lutschen kann. Das ist, glaube ich, die zweite. Hier. Hier. Keiner holt es da ab. Geht doch. Ja, unten. Unten. Da können wir hier noch den holen. Um. Zagara. Okay. Zero Tool hinten. Das schlagte. Ah, ich glaube, nächste Runde werde ich das mal ausprobieren, dass ich mich heale für die komischen Sachen, die ich einsammle, weil irgendwie bin ich sehr wenig Rack. Also du sitzt nicht richtig rein, das ist alles. Oh, ich bin ganz cool. Ah, ich bin ganz cool. Oh, ich bin ganz cool. Du kannst den Schmelzofen auch erst aktivieren und dann anstürmen drücken, übrigens. Das ist fett. Das sag ich dir so. Ja, ja, ich muss jetzt erstmal hier auf den neuen Hero klarkommen, ne? Wir sind übrigens einige Level hinten. Das wollte ich nun mal. Ja, ja, das hab ich schon angemerkt. Das hab ich schon gesehen. Oh, keiner ist top. Äh, wir gehen, ich geh jetzt top. Oh. Oh, what the, what the. Alles klar. Ja. Nutzt mal die zweite Fähigkeit, die W-Fähigkeit auf den Niveau-Lämmen. Hab ich. Und dann drückt, schaut auf. Sonst bringt's ja nichts. Mhm. Mhm. Ja, ich, ich, äh, krieg grad auf den Sack. Hier. Junge, Junge. Ach, jetzt hab ich das geschnallt, Junge. Ja. Ja, okay. Ja, okay. Deswegen ist die Kombination. Okay. Hinstürmen und dann die zweite Fähigkeit auf den Niveau. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ich hab die ganze Zeit gesagt, ich vermiss irgendwie, dass er sich heilen kann. Und ich drück die ganze Zeit weh drauf und frag mich, warum nichts passiert. Ja, okay. Aber ich hatte nicht wirklich die Zeit, mir das in Ruhe durchzulesen. Deswegen ein bisschen Fail. Aber gut. Dann wird mir einiges klar. Ja, dann ist der Comeback jetzt real. Jetzt, pass auf. Ja, aber ich helfe, jetzt mach ich die kaputt hier. Jetzt ist schon Comeback real. Da unten, da unten, da unten. Hier, Zagara, Zagara können wir direkt holen. Bam. Hilfe! Ah, wo ist der Rest des Teams? Everyone is down. Ja, im Moment ist 2-2. Weshalb wäre das? Eine Teamfight mit zwei, der wir hinten? Ja, das war auch kein richtiger Teamfight unbedingt. Den haben wir schlecht genommen. Wenn geht's für dich da hin, das auch wir nicht kommen. Weinen den Rest des Teams ihr nicht weg bist. Na, 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 na. Du, 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 du- du. Jetzt fragt. Ich sammel die Tröpfen ein Okay, los geht's Vielleicht sind doch bestimmt wieder Minen, oder? Alter Are you serious? Okay, tschüss In sieben Sekunden sind Minen Ja Ich geh top rein Oh, ich bin tot übrigens Ich bin fit, das Finde ich geil Oh man Meine beste Runde ever Boah, ich trinke mal einen Schluck, Leute Schöner Rache-Hagel, muss ich sagen Aber es reicht nicht Boah, die Platzhirsch, die Platzhirsch-Gruppe Oder am wenigsten Kills, Junge Was ist denn da los? Ja, weil ich mich mal verpissen muss auch, ne? Ja, ey Neun Tode, acht Tode, sieben Tode, sechs Tode Da bin ich mit vier noch gut dabei Ja Ja, sei froh, dass du stelzen kannst, ey Ja, das hilft mir nicht so sehr Die E-Fähigkeit wegporten, das ist das Ja, ja gut 100%-Golle Meine Golems Kehren zurück Ja, wunderbar Alles die Mates schuld Ja, in der Runde bin ich auch sehr viel schuld Ich hab noch gar keine Ahnung, was der für Fähigkeiten hat Wie man den Skilled gar nichts, ne? Ich muss mich gleich mit dem Ohr halten Boah, und ich lass mich von dem einen Vogel rasieren, weil ich nicht wusste, wie W funktioniert, ne? Ja, das kommt vorbei Ja, ich seh Der schön Der schön Der Schloch, oder was? Ich wurde gefressen Ich bin geblockt Und ist Tode Donelik Ah, Seratul Ach, Mann, das darf nicht wahr sein Platzhirsche, ey Joa, 15 Minuten, ne? Alles vorbei Krass Ich werd, ich werd, ne? Gleich geht's besser Frei, Junge Wie ich sie nicht mehr gekriegt hab Alter, wie ich sie ins Gesicht kriege, Junge Ah, das Ding ist jetzt eh durch G, G Beste Runde ever Junge, Junge, Junge Oh, boy Die Golems werden wieder erwachen Erste Runde mit Schlag, dann Ihr wart live dabei Wir sind noch live mittendrin Ja Beste Runde ever Ich zeig noch mal kurz die Stats Boah, wat? Ich hab Mosdp-Beitrag Ich war fast nur tot, Junge Das ist der Bestes gewesen Hier die Talents Ja gut Dann hoffe ich, euch hat's gefallen Peace out, ich bin draußen Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal